So, wir haben gesehen, wie wir mit Delegates uns erlauben können, einzelne Methoden einfach auszutauschen. Jetzt wollen wir das noch, aber dennoch gibt es die Console-Write-Line hier herinnen und das ist etwas unschön. Wir wollen jetzt das erste Mal mit Events arbeiten. Events kennt ihr alle. Events sind immer dann, wenn wir auf einen Backenklicken in der Oberfläche. Dann wird ein Event aufgerufen, nämlich Backenklick. Wenn ich die Maus bewege, werden hunderte Events aufgerufen, nämlich dass ich die Maus bewege. Sobald ich die Maustaste drücke, werden mehrere Events aufgerufen. Maus down, Maus press, Maus up. Also Events, immer wenn es um Oberflächen geht, geht alles nur über Events. Wenn ich eine Tastatur, eine Eingabe mache, sind das Events. Wenn ich Text markiere, sind das Events. Nenne ich, ich klicke, ist ein Event. Ich fahre mit der Maus und er merkt sich, dass ich geklickt habe. Ich lasse die Maus wieder aus. All das sind Events. Und bei Events ist es so, irgendwen gibt es der, auf der das Event feuert und irgendjemanden gibt es, der auf das Event hoffentlich reagiert. Oder auch nicht. Aber sollte ja möglicherweise. Je nachdem. Gut. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr selbst Events bauen könnt, Events Registrierung funktioniert und auch die Deregistrierung vielleicht wie funktioniert. Und wie wir dann hier aus dieser Logik etwas flexibler werden, indem wir wegkommen von der Konsole. Denn wenn ihr Oberflächenprogrammierung macht, Webprogrammierung macht oder ähnliches und diesen Prime Generator aus irgendwelchen mir unöffentlichen Gründen brauchen solltet, dann funktioniert eins nicht, die Ausgabe in der Konsole. Gut. Also. Soviel zur Einleitung. Jetzt ran an den Speck. Events basieren auf Delegates. Ja. Soweit vermutlich schon vermutet. So. Wie funktioniert jetzt ein Event? Wir machen ein Public. Event. Und jetzt brauchen wir einen Delegate-Typ. Wir wollen in unserem Event einfach nur das Event feuern und einen Text ausgeben. Also können wir sagen, das Action von String. Unlog. Nenne ich es jetzt. Strichpunkt. So. Durch das Action von String ist festgelegt, dass es ein Event ist, das nichts bekommt, äh, einen String bekommt und nichts liefert. So. Events dürfen nichts liefern. Das müssen immer Volt-Methoden sein. Also Action ist toll. Wir können aber natürlich auch, also den können wir mal wegschmeißen. So. Den brauchen wir nicht mehr. So. Wir machen hier ein Event. Und was jetzt ist. Also wir haben hier ein Delegate. Wir können hier auch unser eigenes Delegate natürlich machen. Wobei Action gibt es ja schon. Aber keine Ahnung, wie ein Text-Delegate-Händler oder so ähnlich. Ja. Und Public-Delegate-Void. Delegate muss Void sein, haben wir gesagt. Text-Delegate-Händler und bekommt einen String-Text übergeben. Ups. Bekommt einen String-Text übergeben. So. Jetzt haben wir das Delegate selbst definiert. Müssen wir aber nicht. Funktioniert genauso mit Action. Ist gut. Gut. Jetzt haben wir ein Event. Der Unterschied. Event basiert auch auf einen Delegate. Hat einen Namen. Das Delegate bestimmt, welche Parameter beim Event anschließend verfügbar sind. Und es muss Void sein, damit es für ein Event verwendet werden kann. Das Event braucht zusätzlich das Schlüsselwort Event. So weit, so einfach. Das sind die drei, vier Regeln, die es gibt. Und was auch noch so eine Regel ist, wie beim Delegate, dürfen wir die Methode nicht aufrufen, falls niemand darauf registriert ist. Auch beim Event gilt das gleiche. If Unlock und gleich Null. Dann rufen wir Unlock auf. Und zwar, auch wenn hier das Symbol ein Pfeil ist, wie eine Methode. Unlock. Klammer auf. Und ich sehe hier String-Text. Woher dieser String-Text? Das Delegate hat es definiert. Also geben wir den Text hier einfach mit. Stattung C, Stattung V. Strichpunkt. Und auch hier macht Visual Studio den gleichen Trick wie vorher. Man kann das mit STRG-Punkt Enter simplifizieren. Und jetzt sieht der Code eigentlich genauso aus, wie beim Delegate vorher. LogHandler?invoke. Onlock?invoke. Sieht komplett gleich aus. Es sehen auch diese zwei nahezu gleich aus. Hier habe ich halt einen anderen Namen verwendet, aber ich könnte ja das gleiche Delegate haben. Und hier habe ich eine Eigenschaft gemacht und hier habe ich nur Event geschrieben. Nicht viel Unterschied. Hier wird das Event aufgerufen. Gut. Aufgerufen. Nett. Wenn ich jetzt Play drücke, jetzt passiert nichts mehr. Jetzt gebe ich nichts mehr in der Konsole aus. Warum nicht? Die Konsole, das was wir hier hatten, das gibt es nicht mehr. Also hier nicht mehr. Wir rufen nur ein Event auf, wenn sich jemand drauf registriert hat. Und niemand hat sich bisher drauf registriert. Also wollen wir uns mal drauf registrieren. So. Wichtig. Auf Event soll ich mich dann vorher registrieren, bevor das Event auftreten kann. Nachher ist blöd. Ja. Nachher ist blöd. Also. Gut. Da würden wir jetzt ein paar Metaphern einfallen. Die lasse ich lieber mal weg. Also Generator.onlog. Und auf ein Event-Rext drehe ich mich mit Plus ist gleich. Und jetzt, wenn ich Tab drücke, dann macht mir Visor Studio den entsprechenden Event-Händler automatisch. Er macht mir eine Methode, die void ist und einen Text erhält. Ja, das hat ja unser Delegate verlangt. Und jetzt kann ich hier sagen, ConsoleWriteLine gibt bitte den Text aus. Und wenn ich jetzt wieder Start drücke, dann, voila, sind meine Primzahlen wieder da. Also mittels Plus ist gleich, registriere ich mich auf das Event. Warum mittels Plus ist gleich und nicht einfach nur mit ist gleich wie beim Delegate? Der Grund ist folgender. Ein Event ist ein sogenanntes Multicast-Delegate. Das heißt, es können sich mehrere gleichzeitig darauf reagieren. Ja, bei der Eigenschaft mit Delegate war es so, entweder du oder ich. Und beim Event sind es so, wir können auch beide. Einer schreit, es wäre soweit. Und alle zwei sagen, toll, dann mache ich jetzt was. Die werden nacheinander aufgerufen, aber es werden beide aufgerufen. Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, Generator.onlog. Und ich kann es auch anonym implementieren, wie beim Delegate. Also ich bekomme einen Text übergeben und sage, gib mir bitte aus ConsoleWriteLine 2. Registrierung plus den Text, den ich hier übergeben bekomme. Und wenn ich jetzt starte, dann sehe ich PrimeFound 5. Das ist das hier herunten. Und ich sehe hier Registrierung, zweite Registrierung, PrimeFound 5. Also für die gleiche Primzahl werden zwei Ausgaben gemacht, weil ich mich zweimal darauf registriert habe. Also zwei Ausgaben, weil ich mich zweimal darauf registriert habe. Ich kann sogar von mir das machen. Passiert manchmal, dass man die gleiche Methode mehrfach registriert. Jetzt bekomme ich logischerweise für jede Primzahl drei Ausgaben. Er führt diese Methode auch wirklich zweimal aus. Ja, wenn ich wieder Start drücke, PrimeFound 61, PrimeFound 61, zweite Registrierung, PrimeFound 61. So, warum plus desgleich, wenn es gibt, gibt es wahrscheinlich auch ein minus desgleich. Mit minus desgleich kann ich mich von einem Event wieder deregistrieren. Das heißt, ich würde es gern nicht mehr aufgerufen. Wenn ich jetzt wieder anstarte, sehe ich, es wird nur mehr das hier aufgerufen. Die anonyme Implementierung oder die anonyme Registrierung. Der Text hier unten nicht mehr, weil ich habe mich registriert. Ich habe dann die gleiche Methode wieder deregistriert. Das heißt, er ruft es nicht auf und erst hier unten werden die Events erst ausgelöst. Das heißt, Problem gelöst. Oder das heißt, schlussendlich diese zwei Zeilen hätte ich mir auch sparen können. Aber mit plus desgleich kann ich mich registrieren. Mit minus desgleich kann ich mich deregistrieren. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn ich eine Methode mit einem Namen verwende, also sowas wie GeneratorOnLog. Eine Methode, die es gibt, die ich mit einem Namen ansprechen kann. Das funktioniert nicht mit einer anonymen Implementierung. Bei einer anonymen Implementierung, wie hier der Fall ist, kann ich mich nur registrieren, aber nicht mehr deregistrieren. Okay? Und dieses Event ist auch nur registriert auf dieses Objekt. Ja, wenn das Objekt nicht mehr existiert oder sonst irgendwie, dann wird natürlich auch die Registrierung mit aufgehoben. Das ist klar. Gut. Was heißt das jetzt für mich beim Unit Testing? Den Log-Händler, den haben wir nicht mehr. Der ist weg. Aber wir haben GeneratorOnLog. Und hier habe ich das gleiche Spiel wie vorher. Ich kann den Dummy Log aufrufen oder ich kann einfach sagen, ich bekomme einen Text und wenn das Event aufgerufen wird, dann erhöhe ich den Log-Counter. Nicht mit ist gleich, sondern mit plus ist gleich und alles ist gut. Also zwischen Events und Delegates ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied, wenn man Delegates mal so halbwegs intus hat sozusagen. Die großen Unterschiede sind die, auf ein Event können sich mehrere registrieren. Alle, die sich darauf registrieren, werden auch aufgerufen. Und Events ermöglichen mir quasi externen Code aufzurufen, den ich in meiner Klasse noch nicht wissen muss oder haben muss. Events haben auch den Vorteil, dass sie mir erlauben, quasi meine Klasse zu erweitern in der Zukunft mal. Ja, und halt bestimmte Abhängigkeiten zu reduzieren. Events müssen oder können nur von Delegates angelegt werden, die void als Rückgabetyp haben. Die Parameterliste ist egal. Da kannst du ein Parameter geben oder 10. Das ist komplett egal. Aber der Delegate muss void liefern. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit Event Event. Public Event. So, wer mal Oberflächen programmiert hat, der wird auf folgendes gestoßen sein. Die Standard-Events in Windows Forms oder auch WPF und ähnlichen Varianten sind immer so, dass es, wenn ich auf einen Backen klicke, gibt es immer Object Sender als Parameter und Event Arx E. Oder wenn ich die Maus bewege, auswendig gibt es Object Sender und Maus Event Arx E. So, warum? Es gibt für Oberflächenprogrammierung einen Standard-Event-Händler. Der heißt Event-Händler. Und jetzt, wie soll mein Event heißen, wie zum Beispiel Click oder On-Click, auswendig. Und jetzt wollte ich mich auf dieses Event registrieren. Ich mache das jetzt mal kurz. Click plus ist gleich. Also von extra mache ich das im Programmsess. So, Generator.Click plus ist gleich. Registrieren. Tab. Voila. Object Sender Event Arx E. Das ist das Delegate Event-Händler. Das sagt, es gibt einen Object Sender, der immer das Objekt sein soll, der das Event auslöst. Und Event Arx können zusätzliche Argumente sein für dieses Event. Das heißt, in der Oberflächenprogrammierung ist das Best Practice sozusagen. Man hat nicht eine beliebige Liste an Argumenten, sondern immer genau zwei Argumente. Das eine ist, wer hat das Event ausgelöst? Da wird sozusagen this mitgegeben, wenn ich das Event auslösen möchte. Und dann Event Arx.empty, wenn ich keine habe. Oder ich leite von Event Arx ab, mache eine eigene Klasse, die von Event Arx ableitet. Und dann, wenn das der Fall ist, dann gebe ich, wo ist mein Prime Generator, dann gebe ich hier in den spitzen Klammern den Typ an. Und dadurch bekomme ich meine Event Tags. Also zum Beispiel Maus Event Arx oder meine Text Event Arx. In diesem Fall, wenn ich hier Text mitgeben möchte. Ich habe die Klasse jetzt nicht implementiert, aber wenn es wollte, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich hierzu noch ein konkretes Beispiel. Beispiel. Gut, also weg wieder mit dem Klick. Weg mit Klick. Gut, in diesem Sinne hoffentlich Events etwas klarer geworden. Ja, werden benötigt in der Oberflächenprogrammierung sowieso, werden aber auch benötigt oft in Logikprogrammierungen, wie zum Beispiel für Timer oder ähnliches. Oder weil ich meine Klasse an Funktionalitäten erweitern will, weil ich erlauben will, dass hier jemand andere erweitert, ohne dass ich den Code jetzt schon mal direkt in der Klasse habe. Oder, oder, oder. Es gibt viele Varianten für Events. Auch für asynchrone Programmierung werden Events gerne verwendet. Naja, aber soweit mal zu Events und wie das funktionieren kann und wie die mit Delegates zusammenhängen. Viel Spaß beim selber bauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.